Wooh! 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 So ist ab, Wooh! 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 Moin, moin meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal auf German HD. dieses video hat hier einen besonderen anlass und warum erzähle ich euch natürlich auch mehr schlimm wenn nicht mehr und zwar habe ich ja gestern ein video hochgeladen um genau zu sein habe ich gestern zwei videos hochgeladen einmal das mit dem intro für mich amodding und einmal ein anderes was das weiß ich gar nicht mehr mein gott als einmal des größten okay hauptsächlich geht es hier um das intro was ich gestern gemacht habe und habe ziemlich oft eine anfrage gekriegt ob ich denjenigen nicht auch ein intro machen könnte oder ein logo erstellen könnte ein banner erstellen könnte dies und das ja und da ist es ja nicht nur so dass es nicht bei einer anfrage geblieben ist nein es sind mehrere mehrere anfragen gekommen und deswegen habe ich mich natürlich dazu entschlossen hier dieses video rauszuhauen es ist ja nicht so als wenn ich dafür kein geld verdienen würde aber ich habe mich dazu entschlossen darüber ein extra video zu machen und das seht ihr hier egal scheiß drauf und warum ich das mache ist ganz einfach wenn jemand von euch ein intro haben möchte exklusiv bei li martin german hd dann könnt ihr mir gerne eine e mail schreiben die e mail wenn ich euch mal hier ein da könnt ihr sehen darunter könnt ihr mir eine e mail schreiben wenn ihr ein intro haben wollt ich habe gestern geschrieben 50 euro das war ein tippfehler ich wollte nicht 50 euro schreiben ich wollte 30 euro schreiben tut mir leid wenn es der ein oder andere falsch verstanden hat und wenn jetzt einer sagt 50 euro 30 euro willst du mich verarschen gut dann hau doch ab und hol dir von irgendjemand anders ein intro für 10er wo du dir nicht sicher sein kannst ob derjenige dich über den tisch zieht oder dich verarscht dir dein geld aus der tasche zieht und dich arm macht wenn du der meinung bist 30 euro sind zu teuer dann fährt zieh dich doch einfach und geh woanders hin vielleicht bei jemanden am besten noch der dich über den tisch zieht wie ich gerade gesagt habe und ja wenn wir gerade über den tisch ziehen sind ich verkaufe ja auch immer noch an lockt all accounts so ist es ja nicht und es gab bis jetzt keine einzige beschwerde über meine an lockt all accounts die ich verkaufe wenn ihr noch einen haben wollt dann sagt mir bitte bescheid ihr könnt mir auch wieder eine e mail schreiben unter die unter derselben e mail wie ihr mich auch anschreiben könnt für das intro ist nochmal eingeblendet hier für euch könnt ihr euch aufschreiben fotografieren screenshot von machen oder sonst was auf jeden fall könnt ihr mir eine e mail schreiben wenn ihr ein intro haben wollt für 30 euro oder ein unlock all account bei den unlock all accounts handelt es sich mal wieder um zwei pakete 1 für 10 euro 1 für 20 euro weitere informationen gibt es natürlich per e mail ja wenn jemand noch ein was ich ein banner oder logo haben will ja da kann mich natürlich auch anschreiben wobei ich sagen muss banner und ja logo ist nur wenn es unbedingt sein muss ist natürlich auch nicht umsonst weil nichts ist umsonst weil ich setze mich ja nicht daran im pc und mache alles so lau so ist es ja nicht nach und noch eine frage die ich hier erklären möchte ist dass manche leute auch geschrieben haben hey du warum das intro so teuer du kannst ja auch zu einem französischen intro designer gehen der dir 350 euro für ein intro berechnet also kannst du auch machen und ja ihr müsst natürlich überlegen so ein intro zu rendern mein pc muss die dafür um so ein intro zu rendern natürlich anbleiben stundenlang sag ich mal so und das zieht natürlich eigentlich in dem sinne unnötig stromkosten und natürlich auch bearbeite ich das intro natürlich auch noch also könnt ihr euch mit 30 euro ziemlich glücklich schätzen gut mir schlussverkauf bei german hd wenn ihr eins von diesen sachen haben wollt schreibt mir einfach eine e mail ihr habt die e mail adresse gesehen wenn ihr sie nicht gesehen habt oder euch kein foto von gemacht habt oder sonst was dann könnt ihr gerne noch mal in meine video beschreibung vorbeischauen da steht meine e mail adresse auch noch mal drin also für anfragen bitte per e mail und keine anfragen unter dieses video das wäre echt nice gut eine sache noch bevor ich das video hier beende ist mein laufendes format gerade und zwar lie martin german hd gibt euch die chance läuft noch ihr habt noch bis freitag zeit mir eure bewerbungs videos einzusenden bzw nicht einzusenden sondern auf eurem kanal hochzuladen habt ihr noch bis freitag zeit für weil am samstag gibt es die auflösung und ich bin echt positiv überrascht weil schon ein paar zusammengekommen sind und auch einige die mir sehr sehr gut gefallen haben also denkt daran am samstag ist die auflösung bis freitag habt ihr noch zeit mir videos einzuschicken gut ich werde mit diesem video auf jeden fall erstmal durch hoffe es hat euch gefallen wenn nicht dann lasst ein dislike da freue ich mich auch drüber wenn es euch riesig gefallen hat dann lasst auf jeden fall ein daumen nach oben da ich wette mit euch dass wir die 100 likes nicht erreichen werden aber mal sehen ich bin mir ziemlich sicher dass wir es nicht schaffen ok auch man egal ok wenn es euch gefallen hat daumen nach oben kommentieren dürft ihr auch gerne e mail schreiben könnt ihr auch wenn irgendwas haben wollt oder würde ich sagen bleibt gesund meine freunde bleibt vor allem ganz ganz dicke treu das ist die hauptsache und da würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten video von german hd tschau Untertitelung des ZDF, 2020